Das ist das Knie der Nation. Die haben nicht aufgelacht. Ja, die Wahrheit scheint ja immer in Ordnung zu sein. Oh, kannst du das? Das ist 15 Meter von den Knie. Das ist ein bisschen merkbar. Keine Ahnung, wie ist das? Nein, das ist so gewöhnt. Boah, ich hab kurz mit dem Herzen. Das ist super. Boah, kipp mal was rein. Komm. Kipp mal ein Stückchen. Sebastian. Nein, die war nicht. Das ist zu lecker. Ja. Ingeborg. Wie geht's zum Knie? Ach, scheiße. Oh nein. Ja, eben. Leistung. Ja, ja. Wir haben noch gar nicht unsere Mono gefilmt so richtig. Muss ich mal kurz machen. Hier schlafen Ingeborg und Struggli. Totales Chaos. Struggli. Ja. Boah, ich stinget aber. Spurgli. Balkonbereich mit Schlattlinge. Ich schlau die eingefrorenes Zeug. Schnell halben. Kommen wir nun zu unserem Schlafbereich und Wohnbereich. Essdecke. Herr Wittke. Herr Lamarsch. Heißwerkfernseher. Mein Schlafbereich. Gut riechend. Herr Wittke Schlafbereich. Stimmt. Küche. Küche mit lauter Spür. Togo. No French Toast in Ivory Coast. But Togo in Togo. Samba in Uganda. Samba in Uganda. Togo in Togo. 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 In Togo. Coca-Cola. In Angola. Oh, erstmal ein Schladdi. Darauf ein Schladdi. Püggli. Ja. Obwohl man in der Nase. Nee. Kissen. Als Spieler sein Sport. Er hatte schon weinen. Danke. Das fand sich schön sein. Und zwar jetzt gewohnt. Sag doch mal irgendwas. Wenn ich wissen will, was Spaß macht, εις fic了. Und wenn ich dich das Fü�� secretsyorumen wusste ich nicht. Ja. Pütcher. Ja, das ist unser Man. Sieh aus dem Puff. Soglau. Das ist ein Puff. Das ist eine Frau vor uns dran. Du schwein. Voll kacke aus, wie du dich hier bewegst. Du weißt, dass du aus der Band fliegst, wenn du dich mit mir anlegst. Du tanzt voll gut. Ja, geht doch. Nee, wirklich. Nattern. Und jetzt alle! Jetzt zum Beispiel. Oh, 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 oh. Ja, jetzt nochmal. Sorry. Ja. Ich find das gut. Ein Aufer. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich nicht stressen lässt. Einfach nur zu lächeln ist ein herrlicher Protest. Man muss sich nicht entscheiden zwischen Cholera und Pest. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich nicht stresst. Wir können nicht auf die Bühne gehen, ey, wir stehen noch am Befehl. Das Leben kann so schön sein. Das Leben kann so schön sein. Oh, du Scheiße. Was hab ich denn hier? Boah. Boah. Ich bringe aber auch die Fuscherin. Hallo. Wobei ich gewinne. Und der Sprügel hat gewonnen. Richtig. Siegertyp. Die ersten zwei hab ich gewonnen. 2 zu 1. Die ersten zwei zählen sie. Das kann nur noch ein Unentschieden geben, Thomas. Die ersten zwei waren zum Barmlein. Sollte vier Runden. Würde ich sagen, hab ich auf jeden Fall schon Unentschieden. Wenn wir vier Runden spielen haben, dann rein. ... ... ... ... ... Musik Musik You've got to stay on this rock, not a rock An island on which you found a lover, then you twitch You feel that itch in your petticoat Your pretty, pretty, petticoat And then you smiled, he got wild You didn't understand that there's money to be made Beauty is a card that must get played By organisations But, oh, 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 she was such a good girl to me But, oh, 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 well, just chill her up Let's fight her out Viel Körperbehaarung Und da hat ja viele Haare auf der Brust Normalerweise, das sind Menschen, die haben wenige Haare auf dem Kopf Weil die viel männliche Sexualhormone haben